Ambrose Beers, eine kalte Begrüßung. Im Sommer 1881 traf ich einen Mann namens James Conway aus Franklin, Tennessee. Er besuchte San Francisco wegen seiner Gesundheit, der arme Irre, und überbrachte mir ein Einführungsschreiben von Mr. Lawrence Barting. Ich hätte Barting als Käpt'n der Federal Army kennengelernt, während des Bürgerkriegs. Nach dessen Ende hat er sich in Franklin niedergelassen, und mit der Zeit wurde er, wie anzunehmen mich Grund hatte, als Anwalt einigermaßen berühmt. Barting war mir immer als ehrenhafter und wahrheitsliebender Mann erschienen, und die tiefe Freundschaft zu Mr. Conway, die er in seinem Brief ausdrückte, war für mich ein ausreichender Beweis dafür, dass Letztere in jeder Hinsicht meines Vertrauens und meiner Wertschätzung würdig sei. Beim Dinner erzählte mir Conway eines Tages, Barting und er seien feierlich übereingekommen, dass der, der als erster stürbe, sich mit dem anderen, wenn möglich, von jenseits des Grabes ins Benehmen setzen solle, auf irgendeine unverkennbare Weise, genau wie, das hatten sie klugerweise wie mir erschienen, der Entscheidung des Verstorbenen überlassen, gemäß den Möglichkeiten, die seine veränderten Umstände bieten mochten. Ein paar Wochen nach dem Gespräch, bei dem Mr. Conway von dieser Übereinkunft redete, traf ich ihn eines Tages, als er langsam die Montgomery Street hinabging, seiner zerstreuten Miene nach anscheinend in tiefen Gedanken. Er grüßte mich kalt mit einer bloßen Kopfbewegung und ging weiter. Ich blieb auf dem Gehsteig stehen, mit halb ausgestreckter Hand, überrascht und natürlich ein wenig pikiert. Am nächsten Morgen begegnete ich ihm wieder, am Empfang des Palace Hotel, und da er im Begriff war, die unersprießliche Verfahrensweise des Vortags zu wiederholen, fing ich ihn am Eingang ab mit einer freundlichen Begrüßung und bat ganz offen um eine Erklärung für sein verändertes Verhalten. Er zögerte einen Moment, dann sah er mir direkt in die Augen und sagte, »Ich glaube nicht, Mr. Foley, dass ich noch länger einen Anspruch auf Ihre Freundschaft habe, da Mr. Barting mir die Seine entzogen zu haben scheint. Aus welchem Grund, das weiß ich wirklich nicht. Wenn er Sie noch nicht davon in Kenntnis gesetzt hat, wird er es vermutlich bald tun.« »Aber«, erwiderte ich, »ich habe nichts von Mr. Barting gehört.« »Von ihm gehört«, wiederholte er mit offenkundiger Überraschung, »er ist doch hier. Ich habe ihn gestern getroffen, zehn Minuten bevor ich sie traf. Ich habe sie genauso begrüßt wie er mich. Vor nicht einmal einer Viertelstunde habe ich ihn wieder getroffen, und sein Verhalten war genau dasselbe. Er hat nur den Kopf geneigt und ist weitergegangen. »Ich werde Ihre Höflichkeiten mir gegenüber nicht so bald vergessen. Guten Tag, oder wenn Sie dies vorziehen, leben Sie wohl.« All dies erschien mir als sehr aufmerksames und taktvolles Verhalten seitens Mr. Conways. Da dramatische Situationen und literarische Effekte meinem Anliegen fremd sind, möchte ich sogleich erklären, dass Mr. Barting tot war. Er war in Nashville gestorben, vier Tage vor diesem Gespräch. Ich suchte Mr. Conway auf und setzte ihn vom Tod unseres Freundes in Kenntnis, wobei ich ihm die diesbezüglichen Briefe zeigte. Er war sichtlich betroffen, auf eine Art, die es mir verbot, Zweifel an seiner Ehrlichkeit zu hegen. »Es scheint unglaublich«, sagte er nach einigem Überlegen. »Ich nehme an, ich muss wohl einen anderen für Barting gehalten haben und die kalte Begrüßung dieses Mannes war nichts als die höfliche Erwiderung meines Grußes durch einen Fremden. Jetzt fällt mir auch ein, dass ihm Bartings Schnurrbart fehlte.« Zweifellos war es ein anderer, stimmte ich zu, und das Thema wurde von uns nie wieder erwähnt. »Aber in der Tasche hatte ich eine Fotografie von Barting, die seine Witwe dem Brief beigefügt hatte. Sie war eine Woche vor seinem Tod aufgenommen worden, und er trug darauf keinen Schnurrbart.« Untertitelung des ZDF für funk, 2017